hallo und jetzt willkommen zu einer neuen folge von let's play mass effect 3 jetzt ist mir die luft ausgeliehen und ich würde sagen wir gehen mal wieder auf richtige weltraum reise nicht irgendwelche botschaft sachen oder so nein 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 wir gehen in den weltraum in den kampf gegen die weeper das war es wirklich was bringt so genau so an der habe schon so normandy ach ja krankenstation genau das können wir gerne machen das gehört natürlich noch zu den quests die ich noch erledigen möchte den letzten teil des deals abhandeln sie schaffen es immer commander wir haben die vorräte von taktis erhalten alles in ordnung ja wir haben einige sehr nützliche dinge bekommen ich konnte damit die effizienz unserer medigil verabreichungssysteme verbessern außerdem habe ich informationen gesammelt die jahre interessieren könnten fragen sie gliff ich hatte gerade irgendwie das gefühl dass dann noch mehr leute auf die liste gekommen sind aber irgendwie war das dann doch nicht so schon eine brillante taktik wenn man mal darüber nachdenken aber sie ist böse man hat das im krieg jähre eine rolle gespielt naja aber andere liebensformen zu liefern machen das kann ich einfach nicht akzeptieren ich finde es einleuchtend es stellt sicher dass einem nieders kanonenfutter ausgeht es eliminiert jeden widerstand vor ort und für jeden neuen soldaten verliert der feind zwei den umgewandelten und seinen freund auf der anderen seite der nicht auf seinen kameraden schießen kann das klingt als würden sie bewundern genau wie ich einen virus oder einen dreschlund bewundere beide haben sich perfekt an ihre lage angepasst aber die reaper wollen uns vernichten und ich habe nicht vor das zuzulassen aber wenn sie die fähigkeiten des feindes nicht respektieren wartet eine böse überraschung nach der anderen auf die ja ja wenn wir doch mal mit gab es soldaten wie samara brauchen wir in diesem krieg nichts und niemand hält sie auf ich hoffe nur dass ich ihr nicht eines tages im weg stehe die frau meins ernst ja gut ich wollte nicht aufs männerklo vielleicht in die lebenserhaltung ich wollte nach java sehen wo ist denn die lama noch mal die maschinendeck weiß ich gerade nicht wo die java ist und schreiben sie eine story über die asari die in reaper kreaturen verwandelt wurden die adat yakshi nein ich glaube das wäre perfekt für sie die verborgene seite der schönsten spezies in der galaxie wir haben viele asari zuschauerinnen wenn ich die story bringe könnte ich sie verlieren das kommt mir ein bisschen geschützt vor schon mal gesehen wie schnell eine demokratie ihre verbündeten im stich lassen kann nein wenn ich meinen job machen werden sie das nicht ja das ist ja auch nicht wo ist die frau denn ich sage es doch eigentlich was ganz einfaches ja war ist ashley ich habe ein paar briefe gefunden die mir meine jüngste schwester geschrieben hat als sie auf die highschool ging es war für sie eine schwere zeit teenager dram und das alles dabei brauchte sie nur ihre große schwester nach allem was da unten vorgefallen ist wollte ich sie wohl einfach noch mal lesen ja das ist gut aber wo ist die frau das war es ist das klo da ist das richtig gegenüber der krankstation haben wir neue techniker für den tiegel gefunden glyph fünf ehemalige wissenschaftler von zonex industries die versucht haben gestohlene proteaner technologie vom planeten garburg zurückzuentwickeln offiziell werden sie immer noch wegen unterschlagung proteanischer technologie vom rat gesündet und sie spielten wohl bei dem illegalen krieg eine rolle den zonex auf garburg angezettelt hat der rat wird sie bestimmt amnestieren wenn sie dafür beim tiegel helfen gibt diesen wissenschaftlern straffreiheit und schicke ihnen eine einladung ja die aber aber ich bin froh dass sie diese bombe gezündet hat shepherd stört es sie nicht dass das kloster zerstört wurde nein nicht nach dem was ich dort gesehen habe mir ist egal ob sie adat yakshi waren aber in solche kreaturen verwandelt zu werden das verdient niemand ja ja die letzten einkaufen von saeed massani intakte weeper waffen was waffenschaden elektronische signatur von galai ladenrabattbonus kraftschaden krankenstationschirurgie die narben heilen ja mach mal ich verstehe es immer nicht so ganz haben wir jetzt eigentlich dieses tatsächlich haben wir fertig die quest äh ja ich wollte doch in ja freut mich auch immer wieder ich wollte doch in den in den kampf ziehen in den echten jetzt hängen wir sieben minuten hier in der folge rum ohne dass irgendwas passiert ist das ist immer wunderbar so ist mass effekt so ähm ich wollte mal diese service mission nämlich machen auf a rei weiß ich noch äh äh wo war das denn ja na ähm ich gehe mal kurz aus dem sektor raus um zu gucken ob wir hier 100 prozent haben nein haben wir noch nicht so das weißt wir waren hier nämlich noch nicht haha das ist vorlesen äh äh ne warte mal das hatten wir schon mal aber wir haben nicht gescannt ich behaupten signal bestätigt so äh links so wir kamen nämlich direkt dieses hämatisch zu bekannt vor Que- 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 Ja Hammer so ist hier sonst noch was von wichtigkeit hier ist nämlich noch was irgendwo hä da ach komm ja da so hier bestätigt aha so ein frack 201 3 ja ist der Hammer so irgendwo hier da da ja sehr gut ja wie gesagt das fand ich eigentlich tatsächlich in Mass Effect 2 besser mit dem scannen weil irgendwie hat man den planeten dann noch mehr erforscht als einfach nur wo ist das loch das war meine brille an dem mikrofon so hier waren wir aber garantiert noch nicht nur nur sein wasserstoff helium gas gegen mittlere groß deswegen der ungewöhnlichen zusammensetzung seine atmosphäre für thurianische wissenschaftler von gewissem interesse ich mein stuhl nicht richtig hin sie verfügt über nur über einen bruchteil des zu erwartenden methan gehalts und weist stattdessen große mengen kohlenmonoxid und ethylen auf ja atinax atinax ist ein großer erdähnlicher planet der von den thurianern und von potenziellen investoren einfach übergangen wurde als die thuriane ihn den koganern abnahmen wollten sie die abbaurechte verkaufen fanden aber keinen interessenten ein erkundungsteam bezeichnete ihn als stinkendes loch dessen besten beste außenposten schwefel und schlechter stahl sind wie galaxy war bald der planet vergessen obwohl atinax weiter von seiner sonne entfernt ist als galaxy verfügt er über eine dichte atmosphäre aus stickstoff methan und äthern treibhausgase die beträchtliche wärme anstauen es gibt auch einige wertvolle mineralien vor allem schwefel und eisen und eros gibt es auch noch eros ist thurianisch und bedeutet überblick oder schöner ausblick es ist nicht mit der und ist nicht mit dem mythologischen eros der menschen zu verwechseln der name bezieht sich auf die praktisch nicht vorhandene atmosphäre des planeten wodurch sonden und rover die volkanischen gebirge gut sehen können wegen seiner hematit vorkommen hat eros eine rötliche farbe weitere vorkommen von eisen und kupfer haben konglomerate der thurianer der volus angezogen und jetzt rohbergbau in der oberfläche betreiben und galaxy galaxy wurde den korganer nach den rachnikriegen überlassen war aber während der korganischen rebellion stark umkämpft und wurde von den thurianern zurückgeobert damit blieb ihnen danach eine welt auf der basis links drehende aminosäuren die sie sich nicht selbst bewohnen konnten aber auch nicht aufgeben wollten in zusammenarbeit mit dem wohlprotektorat versuchten die thurianer den planeten zur kolonisierung zu vermieten aufgrund des hohen preises und der zahlreichen nicht hochgegangenen sprengkörper auf der oberfläche siedelten sich aber nur wenige auf galaxy an hauptkunden waren strafkolonien heute gilt der planet als symbol tragischer verschwendung eine ganze gartenwertige die galaxy praktisch vergessen hat so wir scannen mal gerade wir können hier problemlos gehen da ist ja unfassbar das haben wir ja in 1000 jahren noch nicht gesehen so aber dann heißt da auch immer dass da nichts ist das hammer soll landen wir nehmen es limit die in ihrem kleid was wir gegeben haben das sieht schon gut aus und gareth das ist absolute kampfkraft würde ich nämlich sagen so wir haben neue waffen feuergeschwindigkeit ist langsamer kapazität ist viel geringer gewicht ist höher schaden ist geringer präzision ist höher da ist ja der der weg der runde der pfanne verrückt bei so dies neu ok schaden eigentlich ist alles beschissen die haben alles super sturmgewehre ok ach so ich habe schon mal mitgenommen naja ich habe acht punkte die könnte ich für panzerbrechende munition verwenden oder für werfen ich glaube ich mache es so ich nehme einmal werfen damit ich die kraft habe und panzerbrechende munition und gebe da meine punkte drauf aus ha so erschwert sieben punkte für allianz offizier gesundheit und schild oder waffen schaden bonus dann waffen schaden okay das verbraucht zu viele punkte der hat acht punkte für überlastung den schaden und zu wenig punkte ok wie sieht es aus wie lange sitzen die wissenschaftler hier schon fest davon steht hier nichts so wie es sich anhört sind noch weitere soldaten unterwegs setzen sie uns ab und verschwinden sie ich brauche diese wissenschaftler und auf vergleichbar das ich hat die natürlich das ich das ich 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 brauche Entdeckung! Jacob! Hände aus! Sieh! Mitkommen! Ach ja, kein Wunder, dass Cerberus diesen Ort verlassen hat. Es ist eiskalt. Schon gut! Bleibt einfach in Bewegung! Ja. Oh. Was haben diese Leute getan, um so eine Aktion zu rechtfertigen? Ja, es ist die große Frage, aber was macht Jacob hier? Teil 2. Okay, jetzt kein so mega Mitglied, was in Erinnerung bleibt, aber trotzdem. Jacob. Mensch, Mensch, Mensch. Hier ist nix. So. Wo denn? Ach, da. Ich hoffe, wir haben sie erledigt. Ich gehe dazu. Vielleicht können wir die Kerle von der Flanke nehmen. Versuchen wir es! Äh, wir sind, hier gibt's Flanken? Bin dabei! Alles gesichert! Suche nach Überlebenden! Jacob, bitte in Ordnung, komm! Äh, 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 wo ist denn Jacob hier? Ich sehe hier keinen mehr. Äh? Ach, da ist Jacob. Wer ist da? Commander Shepard. Wie schlimm. Ich werde es überleben. Glaube ich. Hier ist Commander Shepard von der Allianz. Keine Feinde im Augenblick. Öffnen Sie die Tür. Ist Jacob da? Es ist okay, Bryn. Ich weiß, nicht mehr. Wir versuchen es zu den Charisern. Aber, wie sieht es, die Klauze aus Horns hin? Well, ich bin jetzt hier. Was ist das denn hier? Wir sind hier in Ordnung! Das ist wirklich genau. Was ist das denn hier? Ich bin jetzt hier in Ordnung. Dann bin ich auf jeden Fall vor dem Unbekannten und seinen Kampfhunden. Ja. Wir sind Ex-Zerberus, größtenteils Wissenschaftler. Zivilisten? Sagen wir Flüchtlinge. Wären wir nicht weggelaufen, wären wir jetzt tot. Ex-Zerberus? Warum will der Unbekannte sie töten? Unsere Geschichten haben in etwa dasselbe Thema. Wir haben mit Daten von der Kollektorenbasis an diversen Komponenten einer höheren Technologie gearbeitet. Sobald jemand mit seiner Komponente fertig war, ist er verschwunden. Keine Leiche. Nur verschwunden. Bei jedem Fortschritt dachten wir, wir würden gegenseitig unsere Todesurteile unterzeichnen. Das Weglaufen war klug. Der Unbekannte spaß nicht. Was er nicht kontrollieren kann, vernichtet er. Dieser Braintrust muss ein herber Verlust für ihn sein. War doch klar, dass man sie finden würde. Wir sind eine ziemlich schlaue Gruppe. Wir hatten uns abgesichert. Aber der Unbekannte ist ein wahrlicher Mistkerl. Yes, evakuieren! Ja, ich muss nur die Flugabwehrgeschütze auf dem Dach wieder online kriegen. Cerberus stört sie. Ohne diese Geschütze bläst Cerberus unsere Rettungsshuttles einfach vom Himmel. Könnte am Netzwerklink liegen. Ich check das. Wir treffen uns oben. Jemand sollte sich diese Wunde ansehen, Jackoff. Ja, ja. Das wird schon. Ich muss noch meinen Leuten sehen, Commander. Kommen Sie rauf, sobald Sie können. Ach ja. Jackoff, Taylor, hier draußen. Das ist ein Überraschung. Jamie, ich wollte nicht mit diesen Leuten hierher kommen. Es war seine Idee. Was soll ich nur ohne ihn machen? Oh. Beenden Sie Ihre Arbeit. Das hätte er auch gemacht. Unsere Arbeit? Sind Sie verrückt? Wir werden hier alle sterben. So. Ihr Partner war tapfer. Er würde nicht wollen, dass Sie so zusammenbrechen. Er hat recht. Wir bringen Sie lebend hierher aus. Das verspreche ich. Danke. Und egal, was passiert. Ich werde in dieser Folge meine Ausrüstung noch ändern. Er ist ja schrecklich mit diesem Cerberus-Anzug. Es ist grauenhaft. So, ist hier noch was. Ein Datenpad. Mit Credits. Noch ein Datenpad. Brian, das gefällt mir nicht. Ich konnte einen Blick auf die Forschung der anderen werfen. und mir bietet sich ein Blick auf das Gesamtbild, der alles übersteigt, was wir uns je hätten vorstellen können. Nicht in unseren schlimmsten Albträumen. Ich werde anfangen, meine Arbeit selbst zu sabotieren. So schlimm ist es. Wir müssen so schnell wie möglich drüber reden. Wer ist hier? Dr. Arke. Commander Shepard. Ich habe von Ihnen gehört. Noch ein Cerberus-Überläufer, wie es scheint. Etwas in der Art. Dr. Gavin Archer. Wir haben wohl beide den unbekannten Hintergang. Jeder auf seine Art. Hm. Wie kamen Sie her? Wie sind Sie hierher gekommen? Meine Forschung für Cerberus hat vielen Leuten geschadet. Ich habe Dinge getan, die kein Mensch tun sollte. Da war ich also. Mit Blut an den Händen. Blut, das ich nie abwaschen konnte. Dem Unbekannten war das egal. Er sagte, unser Ziel sei größer als jedes Opfer, das wir bringen müssten. Das passiert, wenn man sich mit dem Teufel einlässt. Also sind Sie geflohen. Also hat der Unbekannte Ihre Kündigung nicht angenommen. Für einen Mann, der gerne Vorträge über die Grautöne der Moral hält, ist sein Weltbild ziemlich schwarz-weiß, sobald es um Gehorsam geht. Entweder du machst mit, oder du stirbst. Sie arbeiten für Cerberus? Woran haben Sie bei Cerberus gearbeitet? Es nannte sich Projekt Overlord. Ein Experiment, um gewaltlose Methoden zu finden. Zur Kontrolle der Gath. Das scheint gar keine schlechte Idee zu sein. Ja, aber wie alles, was der Unbekannte anfasst, wurde auch meine Arbeit in gewisser Weise korrumpiert. Nur soviel, es nahm kein gutes Ende. Was ist passiert? Was ist schiefgegangen? Das war purer Zufall, leider. Die Gath reagierten nicht auf meine Versuche, mit ihnen zu kommunizieren. Bis mein jüngerer Bruder David einen Durchbruch erzielte. Er war Autist, mit mathematischer Inselbegabung. Er beherrschte in kürzester Zeit die Sprache der Gath und kommunizierte mit ihnen. Sie meinen, er konnte direkt mit den Gaths sprechen? Zunächst nur rudimentär. Und deshalb beschloss ich, den nächsten Schritt zu gehen. Ich schloss David direkt an ihr Netzwerk an. Es kam zur Reizüberflutung. Kein Gehirn, nicht einmal das eines Genies, kann diese Informationsmenge verarbeiten. Es trieb ihn in den Wahnsinn. Hatte er eine Wahl? Hat David das freiwillig gemacht? Der Unbekannte wollte Ergebnisse und ich wollte ihn zufriedenstellen. Zuerst schien es, armlos zu sein. Also haben Sie Ihren Bruder dazu gezwungen? Glauben Sie mir, ich durchlebe diesen Albtraum jede Nacht. Er drehte durch. Sein Geist wurde zu einem Computervirus und infizierte unsere sämtlichen Systeme. Er tötete dutzende Labormitarbeiter. Am Ende mussten wir über der Basis Nuklearwaffen zünden, um den Amoklauf zu beenden. Oh Mann. Das war's Doktor. Ich weiß zu schätzen, dass Sie uns helfen, hier rauszukommen, Commander. LFG niedrig. Bitte warten. LFG abgeschossen. Zugang aktiviert. So, was haben wir hier? Waffen-Mod-Station. Bringt uns nichts, wenn wir keine Rüstungs-Mod-Station haben. Die Fächs der Stockholm-Zelle sollen ihre eigenen Kisten packen. Ich brauche sie hier oben. Seien Sie nicht so, die sind nur zu zweit. Das dauert höchstens eine Minute. Nö, ich weiß nicht. Äh, so weiter. Was haben wir denn hier? Eine medizinische Station. Hallo. Die Proben vom Projekt Mia müssen mit dem zweiten Shuttle rausgehen. Ich habe schon eine Kiste fallen lassen, weil meine Hände so stark gezittert haben. Wir werden es schaffen. Wie ist der Status der Geschütze? Ist noch nicht so weit. Meine besten Leute arbeiten daran. Wie viele Wissenschaftler sind hier? 43 plus Forschungsassistenten. Eine Flucht mit mehr als 40 Leuten? Wer um sein Leben fürchtet, ist zu vielem imstande. Brim, ich kann die Komponenten für die genetische Verstärkung unmöglich rechtzeitig abbauen. Tut mir leid, Doktor. Die Arbeit ist wichtig, aber Sie müssen sich um Ihre Familie kümmern. Moment. Hier gibt es Familien? Kinder? Das ist wirklich der Gipfel. Warum sind Familien hier? Die haben also Ihre Angehörigen mitgebracht? Ja. Wir haben hier 17 Kinder, Partner, Ehepaare, Eltern. Ich habe diesen Leuten eine Zuflucht versprochen. Ein neues Leben ohne Cerberus. Ich hatte nur nie gedacht, dass der Unbekannte... Darauf baut das Böse, dass die Guten sich's nicht vorstellen können. Okay. Alle, die noch da sind, kommen hier liebend raus. Es steht viel auf dem Spiel. Diese Flucht muss präzise durchgeführt werden. Ich hatte gehofft. Wir haben alles versucht, um das hier zu vermeiden. Wie sieht's aus? Weiß nicht. Von hier kann ich's nicht reparieren. Ich geh aufs Dach. Da ist gerade ein Cerberus Shuttle gelandet. Sind Sie dabei? Sie sind verletzt, Jacob. Ich kümmere mich um die Geschütze. Niemals. Das sind meine Leute. Ich gehe. Nach einer geglückten Selbstmordmission kriegen Sie nicht gleich eine zweite. Okay. Ich lotse Sie von hier aus durch. Cerberus stört wahrscheinlich den Satellitenlink. Sagen Sie, wenn Sie die Steuerung gefunden haben, dann gebe ich Ihnen den Code. Alles klar. Alles... Alles klar. Bun. Dr. Cowell, haben Sie kurz Zeit? Natürlich. Ähm. Wie ist Ihre Beziehung zu Jacob? Wir haben viel erlebt. Ein alter Kollege von ihm hat uns vorgestellt. Durch Jacobs Augen habe ich erkannt, was aus dem Unbekannten geworden ist. Ich war so in meine Arbeit verliebt, dass ich das Offensichtliche nicht sehen wollte. Mein Geldgeber war korrupt. Verstehe. Darum ist es auch wichtig, sich mit guten Menschen zu umgeben. Ich weiß nicht, was wir ohne ihn getan hätten. Was war eigentlich Ihr Job bei Cerberus? Ich war Physikerin, bis der Unbekannte sich auf die Kollektoren fixiert hat. Es war ein Paradies für Forscher. Ich hatte die modernste Technik und so viel Personal, wie ich brauchte. Für technische Perfektion ist dem Unbekannten nichts zu teuer. Diese Perfektion hat mich schon ein paar Mal fast umgebracht. Und Ihr Leben gerettet. Komisch daran zu denken, nehme ich an. Mag sein. Andererseits, das Leben steckt voller Ironie. Für jeden, oder nicht? Sie sind Cerberus entkommen? Wie sind Sie entkommen? Ich war eine loyale, langjährige Angestellte mit Freiheiten. Als der vierte Kollege verschwand, kamen wir zusammen und waren wenige Tage später weg. Und bisher hat Cerberus nie vermutet, dass Sie direkt vor seiner Nase sitzen. Wir dachten wirklich, wir hätten alles bedacht. Wie dem Ding. Erzählen Sie mir von Ihrem Experiment. Welche Arbeit von Ihnen will Cerberus unbedingt haben? Sie basiert auf Tech von den Kollektoren. Im Grunde geht es um die Kommunikation von Reaper zu Kollektor. Dr. Horace Armstrong und ich arbeiteten an einer Praxisanwendung, einer Art Implantat. Kaum hatte er seine Komponente fertiggestellt und arbeitete an etwas anderem, verschwand er. Danke, Dr. Kohl, dann lasse ich Sie mal weiterpacken. Nochmals danke für alles, was Sie für uns tun. Jo. Also. Was haben wir hier? Ein Datenbett. Noch ein... Achso, oh Gott, deswegen kam das spät. Bryn Kohl. Wir konnten mit Jacobs Hilfe bestätigen, dass mehrere unserer Kollegen in Wirklichkeit ermordet wurden. Vertrag aufgehoben, heißt es bei Cerberus. Makida, Scott, Daniel, Chun Hai, Andika und viele andere, von denen ich nicht einmal wusste. Sie sind alle fort, spurlos verschwunden, einfach so. Wir hätten früher gehen sollen. Ich weiß gar nicht, warum wir so lange gewartet haben. Und ich erinnere mich nicht daran, was so wichtig schien, auch nur einen Tag länger zu bleiben. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Achso. Lassen Sie sich das liegen. Hauen wir einfach ab von hier, verdammt. Beruhigen Sie sich. Commander Shepard ist hier. Na und? Entspannen Sie sich ein bisschen Zeit, haben wir noch. Aha. So. Shepard, hier drin? Was ist denn hier drin? Oh, Beinschienen. Ja, Jacob. Sind Sie okay? Wie war's denn? Warten Sie kurz. Verrückt. Ich hätte nicht gedacht, Sie je wieder zu sehen. Das Gefühl kenne ich. Wie sind Sie zum Seltner geworden? Lange Geschichte. Ein Angebot von Leuten, die mir was bedeuten. Ich konnte nicht ablehnen. Passt zu Ihnen. Es scheint Ihnen gut zu gehen. Es sind tolle Leute. Sie kämpfen für ihre Ideale. Das mag ich. Ich habe meinen Platz im Leben gefunden. Denken Sie an Ihren Vater? Denken Sie noch dran, was Ihrem Vater passiert ist? Es verfolgt mich eher. Cole. Wie lange kennen Sie Brennan? Wir trafen uns über einen gemeinsamen Freund in der Mumbai-Zelle. Ist ein Jahr her. Hatten viel gemeinsam. Dann kamen Sie wegen Ihrer vermissten Kollegen zu mir. Wollte meinen Schutz, meine Hilfe, eine Zuflucht finden. Sollte ich Nein sagen? Was ist mit Ihnen und ihr? Was ist sie für Sie? Wir sind zusammen. Sie leiten zusammen diese Inklage. Werden Sie sesshaft, Jacob? Ja, vielleicht. Es ist nur... Wenn das unsere letzten Tage sind, möchte ich bis zum Schluss diese Leute beschützen. Ein Leben aufbauen, was immer davon übrig ist. Wie kamen Sie hierher? Was ist passiert, Jacob? Warum arbeiten Sie an einem Ort wie diesem? Nach unserer Rückkehr? Naja, wenn man eine Selbstmordmission überlebt, sieht vieles anders aus. Ich habe Cerberus verlassen, alles aufgegeben und war eine Weile am Mittelmeer. Habe sie aus den Augen verloren. Sie saßen am Strand? Und was haben Sie beim Meditieren an der frischen Luft gelernt? Dass ich nur für Dinge kämpfen sollte, die mir etwas bedeuten, die mir am Herzen liegen. Wir könnten sie brauchen. Verlocken, Shepard, aber es gefällt mir, wo ich bin. Ich bin wichtig für diese Leute. Ich will ein Leben. Ich will eine Familie. Alles klar, verstehe schon. Nein, Shepard. Die Normandy ist ihre wahre Liebe. Manchmal möchte ich sie schon gern zum Teufel schicken. Nein, das können Sie nicht. Und Cerberus selbst? Gibt's was über Cerberus, das ich wissen sollte? Der Unbekannte war besessen von der Indoktrination. Das ist klar. Haben Sie sich je gefragt, was da schief ging? War ich so blind? Ich hielt ihn für einen Idealisten. Warum konnte ich das Böse nicht sehen? Werfen Sie sich nichts vor. Und wenn Sie die Kristallkugel zum Laufen bringen, sagen Sie Bescheid. Ich möchte gern wissen, wie es hier ausgeht. Mach ich. Danke. Was ich tun muss, ist die Leute hier rauszubringen. Stimmt. Gehen wir es an. Richtig, richtig. Oh Gott, noch ein Datenpad. Jacob Taylor, Außenposten zu 48 Prozent Betriebsbreit. Wir haben einige der Lagerräume, um den Zentralkern zu Unterkünften funktioniert, um Energie zu sparen. Die äußeren Bereiche sind alles stillgelegt, was uns eine Pufferzone ergeben müsste, falls Serversagenten uns aufspüren. Die Götzschütze funktionieren, aber ich weiß nicht, wie gut sie geschützt sind. Ich werde versuchen, auf dem Schmerzmarkt Schilder für zu finden. Mhm, 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 mhm. Noch ein Datenpad. Eine venizinische Station. Ich will nicht für die Rettung dieser Datenstärkung. Noch ein Datenpad. Wir versuchen herauszufinden, wofür das Endprodukt unserer Forschung eigentlich gedacht war. Es ist zwar offensichtlich, dass das Übertragungssystem neurologische Anwendungen bei Implantaten erfüllen sollte, aber viele Fragen sind nach wie vor unbeantwortet. Insbesondere der Verlust von Dr. Oveich Armstrong behindert unsere Bemühungen. Um die Ziele des Unbekannten zu rekonstruieren. Wir haben mehrere Teile eines Ganzen, die beängstigende Schlussfolgerung nahelegen. Aber wir sind weit davon entfernt, dieses Ganze genauer erfassen zu können. Und das macht mir am meisten Angst. Ich mach das schon. Ich säubere alles und treffe sie dann in der Shuttleburg. Ich will nicht sterben. Gehen sie. Gehen sie einfach. Ja. Schon okay. Ich sagte doch, wir hätten zur Zufall, wie soll ich sein. So, was haben wir denn hier? Was hätten diese Leute gemacht, wenn wir nicht aufgetaucht wären? Schlecht ausgerüstet, Waffen offline. Es wäre ein Massaker gewesen. Mhm. Ich befürchte es auch. Ach, warum müsst ihr denn immer die Waffen nehmen? Wir können sie überraschen. Okay, wie machen wir das? Vielleicht mit Schrot flinden. So, ich geh jetzt mal richtig sneaky an. Äh, falsch. Wo, nee, das hat nichts gebracht. So. Nee. Wow. Ah, okay, das hat halt gar nichts gebracht. Wow, warum schweißt du die Granate zu mir? Ich stehe, ich bin auf deiner Seite. Okay, wo ist der Satellitenturm? Ja, das ist die große Frage, ne? Ich war's verpasst. Achso, das sind wir diese Schilddinger hier. So. Gucken, was sonst noch hier so rumliegt. Na, wunderbar. Munition. Au, Freunde, der Galaxie. Wo? Na, komm. So, und, wow. Haben wir? Haben wir, kein Problem. So, liegt hier noch wasch. Nein. Wow, der macht immer so komische Bewegung. Au, was haben wir denn hier? Äh, 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 ach, ja, mhm, mhm, okay. Check out, die Schüssel müsste jetzt wieder online sein. Korrekt, aber die Geschütze sind es immer noch nicht. Sie müssen sich immer neu aktivieren. Gehen Sie zurück zur Vorderseite der Anlage. Feinde landen. Aha. Äh, Bro. Wo ist hier ne Gra... Ich fahr mittendrin. Wie komm ich denn jetzt hier hoch? Äh, 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 äh. So, anscheinend, da ist er. Na, wunderbar. Tja, kein Problem. Ihr wart nicht lange auf diesen Planeten. Huch. Oh. Na. Welches Geschütz? Ach, das da. Na, wunderbar. Du kommst da nicht runter. Wenn ich's nicht verursache. Oha. Hallo. Hallo. Hättest du nicht gedacht, dass ich dir so nahe komme. Hallo, mein Freund. Hello. Ja, oh, richtig geil. So. Ein Generator wieder mal. Finde ich gut, dass, äh, wir deren Waffen quasi selbst nutzen können. Wir müssen da rauf und die Flugabwehrgeschütze manuell aktivieren. Ach, echt? So. Huch. Hallo. So. Ist da hinten noch was? Könnt ihr sonst durchschlagswort? Na ja, gut. Ist jetzt nicht so schlimm, aber... Was macht er nix? So. Und hier dürften wir uns die Geschütze doch bestimmt nicht mehr erreichen, oder? Da müssen wir genau hin. Da. Aha. Das andere Geschütze ist noch deaktiviert. Wir müssen da rüber. Nee, das war mein, mein Ziel, was ich gerade versuche. So. Ist die Leit... Na, holler die Waldfee. Ich glaube, wir müssen hier rüber da hoch. Mit irgendeinem Sprung oder so wahrscheinlich. Oder wir nutzen einfach das Gitter, was diese beiden Dinger da verbindet. Möglicherweise... Ist das sinnvoll? Das ist nur ein Geschütz. Ein Datenpad. Ein Medi-Kids. Ja, und des... Des Flagggeschütz-Dings. Äh... Eine von uns muss die Reparaturen durchführen. Ähm... Ashley. Ashley, Sie reparieren. Okay. Bereit, Gareth? Sie sollen nur kommen. So. Hallo, meine Freunde. Ihr habt ja richtig lang überlebt. Na, wunderbar. Nicht wieder so weiner. So. Hallo. Sehr schön. Wie gehen die Reparaturen voran? Hat's fast geschafft. Eigentlich hätten wir Gareth nehmen müssen, weil Gareth kümmert sich auch immer um die Waffen auf der Normandy. Aber es sind zu spät. Ist mir direkt danach eingefallen. Das war irgendwie... Weiß ich auch nicht. Was da falsch gelaufen ist. Was sind die? Wurde irgendwie gerade beschossen, aber... Von wo? Na, ist schon. Na, harmlos, harmlos. Kann das Schiff mal weg? Aha. Noch einer. Der gleich sterben wird. Tja, der kann sich wohl nicht bewegen. Alle, die da runterfallen, sind direkt tot, ne? Ist irgendwie traurig. Haben sie es? Ashley. Bist du fertig? Warum geht das Schiff nicht weg? Hallo? Ha. Irgendwie passiert ja nichts mehr. Kann wir das Schiff denn selbst zerstören, überhaupt? Wisst ihr ja eigentlich, ne? Passiert halt gar nichts. Äh, ja. Wir haben eine verpackte Mission. Wir kommen hier nicht weiter an dieser Stelle. Ich muss den letzten Speichelpunkt wählen. Weil, das bringt halt nix. So. So, diesmal nehmen wir Gareth. Weil, das ist ein bisschen intelligenter. Unbedingt, Shepard. So, vielleicht warte ich diesmal ab, bis das Schiff wegfliegt. Und, bleib so lange, ah. Weil, genau das ist nämlich gerade nicht passiert. Das war, ja, ne? Halt, verbackt. So. Mit Gareth haben wir auch den kompetenteren der beiden. Also, am Reparieren, nicht beim Kampf. Ich würde immer noch sagen, dass beim Kampf, äh, Gareth, Ashley überlegen ist. Obwohl, Ashley halt schon nicht schlecht ist. Ich meine, sie ist Inspektor. Ich habe schon wieder riskiert. Ich habe wieder die Leute direkt angegriffen. Zum Glück hat er hier einen automatischen Speichelpunkt gemacht. Was haben wir denn da unten? Aha. So. Ach, komm. Hallo. Ist doch weg, ne? Ja, ich kann da kämpfen. Herr Lydig, fahren Sie die Geschütze jetzt hoch. Aha. Alles klar, wird gemacht. Wo denn? Ach, da. Ach, gewiss. Das hättest du auch machen können. Das ist unfassbar. Schäppelt, Flugabwehrgeschütze wieder online. Verstanden. Bringen wir diese Leute hier raus. Mhm. Okay, die Geschütze holen bereits Cerberus-Schiffe vom Himmel. Wie stehen wir? Alles im Plan. Im ersten Shuttle sitzen bereits alle unter 16 Jahren. Commander, wann sollen wir hier weg? Wann haben wir die besten Überlebenschancen? Jakob, was meinen Sie? Sind wir bereit? Fast. Wir könnten weg. Aber es gibt keinen zweiten Durchgang. Richtig. Wir haben einen Versuch. Und wir wollen nichts zurücklassen, dass dem Unbekannten irgendwie nützlich sein könnte. Sie entscheiden. Also noch nicht. Warten Sie auf mein Signal. Beginnen Sie mit der Evakuierung am Befehlsterminal. Verstanden. Aktuelle Evakuierung ist ein Plan. Sie sind Alpha. Aber was bringt das, wenn wir es jetzt nicht machen? Verfolgen Sie bitte die Anreise. Dann, 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 dann haben wir jetzt auch nichts mehr von. Machen wir die jetzt. Evakuierung eingeleitet. Evakuierung eingeleitet. So. Bereit halten für Shuttle Start. Schießen Sie ein Loch und dann starten Sie Shuttle 1. Oh, fuck. Oh, fuck. Bringen Sie die Leute hier weg. Na, wunderbar. Ach, da hat der das gerade echt so gesagt? Wow. Wo, 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 wo müssen wir hin? Na, wunderbar. Wo ist das denn? Ist das hier richtig? Ja, na ja. Sieht so aus. So. Wow. Na. Jakob, rauf mit der Haupttür. Verstanden, Shepard. Wird gemacht. Okay. Okay. Bringen wir die Sachen hier raus. Haben wir da was verpasst? Na, wunderbar. So. Ruf. Was? Okay. Äh. Meint er damit, dass wir alle hochschalten sollen, oder wie? Wow. Äh. Na. Das ist gar kein Problem. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Oder hier? Ich sehe hier halt nie. Wow. Hilfe. Äh. Ach da. Ach da. Gott des Willen. Ich hab die Service-Leute schon gar nicht mehr gesehen. Ja, Junge. Lange ich das habe, bringst du, machst du halt gar nichts. Da, da ist es, ich dachte, wir haben geschützt. So, und wir? Das war der letzte Zivilist. Ja. Oh. Wow. Aua. Aua. Hier ist doch frei. Alles super hier. Äh. Na gut, vielleicht sollten wir den Atlas ausschalten. Weitere Waffe. So. Na, komm. So, weiter. Ha. Ah, ist kein Problem. Ich bringe der Shuttle zu Ihnen. Okay. Verstanden. Ah, ist kein Problem. Wir könnten die jetzt alle vernichten. So, das ist nöch. Jakob. Jakob, gehen Sie rein. Jakob. 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 Das war mal wieder haarscharf, was, Shepard? Schön, Sie wieder in Aktion zu sehen. Ja, fühl mich gut. Ich hatte befürchtet, wir bringen niemanden lebend raus, aber dank Ihnen haben wir es bei fast allen geschafft. Danke. Dr. Cole, ich habe eine Bitte. Und Sie können sie mir nicht verweigern. Ich brauche Ihre Hilfe gegen die Reaper. Ich stehe natürlich zu Ihrer Verfügung. Und Sie können sicher auch auf die anderen zählen. Sie auch, Jacob. Ich brauche Sie. Natürlich. Aber ich möchte bei diesen Leuten bleiben. Warum? Sie wollen sich unserem Team nicht anschließen? Ich bin hin- und hergerissen, aber ich muss mich um diese Familien kümmern. Das ist jetzt mein Platz. Ich hoffe, Sie verstehen das. Ich verstehe. Passen Sie gut auf Sie auf. Die Allianz braucht diesen Titel. Geht klar. Dr. Meldung, melden Sie sich bei Admiral Hacker wegen Ihres Auftrags. Ich habe noch nie jemanden wie Sie getroffen, Commander. Ich fühle mich besser, nur weil Sie auf unserer Seite sind. Danke. Schäppert, wenn das alles vorbei ist, gebe ich einen aus. Passen Sie auf sich auf. Klar. Packet hier. Ich schicke ein größeres Wissenschaftsteam. Ich habe das Dossier. Alle Cerberus-Überläufer. Passen Sie auf Sie auf. Das werde ich. Sie können gleich an Tegel mitarbeiten. Jacob Taylor ist bei Ihnen und sucht bereits einen Platz für die Familien. Auch ihr ist von großem Wert für uns. Dem unbekannten Dr. Kuhl abzujagen ist wirklich ein Kuh. Sie ist ein großer Gewinn für uns. Je früher der Tegel fertig ist, desto besser werde ich mich fühlen. Und ich erst. Shepard Ende. Und damit mache ich einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.